Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jaa Brauchst du deinen Hannes oder sowas? Jaa Schlecht wär's nicht, hm? Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Da ist er Ne Du machst immer nix, ne? Du konzentrierst dich ganz auf deine Brüste Die Hand bremst du halt mal eh durch Warte mal Warte mal Warte mal Na, da waren die hier noch durchstecken Besser? ... oder? ... Schuss. Ich habe mir das unten einfach vorgestellt. Oh Gott! Die andere Angel, wer weiß was für cool ist. Ich halte das Ding fest. Jetzt machen wir eine Nachaufnahme. Das ist alles mit der Abruhne, wollen wir die benutzen oder nicht? Guck mal aus. Keine Ahnung, das ist nur das Schwarze hier. Das ist alles mit der Abruhne, wollen wir die benutzen oder nicht? So sieht es nämlich aus. Die müssen wir gleich im Klint stehen, gleich einhaken und gleich den anderen hinterher. Und festhalten, nicht lose lassen. Ins Maul reinstecken und dann richtig den ersten Haken rein und dann richtig festhalten. Und dann gleich den zweiten hinterher. Das muss dann aber jemand anderes machen. So, das muss ich auch machen. Das musst du was machen. Dann musst du die Angel überseite schweißen und den zweiten Haken gleich mit einsteigen. Das ist nur die Abtrift, der steht, der schwimmt nicht so was. Jetzt wird aus dem Weg. Die mache ich zur Sicherheit auch noch scharf. Ich finde die auch rot fest. Kommt. 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 Kommt langsam. Ein bisschen mehr aufkurbeln jetzt. Weiter runter die Rute. So, genau. Langsam. Ja, er kommt langsam. Immer langsam und gleichmäßig. Weiter runter. Halt ihn ein bisschen fest, Robert. Er kommt. Meter für Meter. Immer weiter. Die letzten fünf Minuten hast du ihn ein paar Meter abgenommen, Thomas. Ja. Zehn Meter hast du ihn bestimmt abgenommen. Ja, 18 Meter noch. Ja, mach mal nicht so wilde Geräusche. Komm, hol ihn. Das ist eine riesen Platte. Ach, zehn Meter noch. Nicht nachlassen. Du hast ihn über 50 eingehakt. Also hast du ihn schon 30 abgenommen. Komm her. Komm her. Genau. Jetzt hier ist dein Haken. Hast du gehört? Hier ist dein Haken. Musst du gleich mit einsteigen. Komm her. Pass auf, sei vorsichtig. Die angel zum Wasser weiter, wenn du pumpst. Ja. Kommt langsam hoch. Ja, er kommt hoch. Lass ihn hart dran. Immer hart dran nehmen. Nicht locker lassen. Da hast du schon wieder zwei Meter. Immer schön auf Spannung halten. 15. Komm, weiter, weiter, weiter. Weiter, Thomas. Noch mal wenig losgehen und noch mal bis 50 runtergehen. Komm gleich. Warte, ich rufe ein bisschen weiter vorne, dann hast du besser den Hebel. Ja. Mit Gefühl. Mal langsam ein Stück weiter. Ja. Na ja, komm langsam, Thomas. Weiter, weiter, weiter. Das ist ein Meter jetzt. Hat zehn Meter noch. Komm, langsam, langsam. Jetzt aufpassen, Männer. Aufpassen. Du auch mein Gewicht. Leute, kommt doch. 3,4 Meter. Oh, das ist ein Schiff. Oh, das ist ein Schiff. Jetzt vorsichtig. Oh, aufpassen jetzt, Männer. Haltet euch fest. Vorsichtig, vorsichtig. Zum Boot her. Zum Boot her. Ja. Ich häng ja fest hier. Ja. Ich löse es. Oh, ist das eine Platte. Vorsichtig, aufpassen. Komm zu, ich geh da hinten, Robert. Du musst ihn sehen, Thomas. Du musst ihn sehen. Der ist jetzt hier am Boot. Oh, ein Honor. Ja. Ja. Geh auf die andere Seite, Thomas. Los, den Haken. Den Haken. Den Haken. Den Haken. Den zweiten Haken. Hast ihn. Ahhhh. Lass ihn rein. Jetzt hab ich ihn. Guck mal. Pass auf, dass wir nicht kentern. Halt ihn erstmal fest. Halt ihn fest. Warte, warte, warte. Warte. Warte, wir machen den den jetzt kaputt, ne? Kommt jetzt. Weiter, ihr müsst nach hinten gehen. Weg weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Jaaa. 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 Halt ihn fest. Jaaa. Jetzt. Jaaa! Jaaa. Alter wie geil ey! Wahnsinn, 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 Alter Schwede, Alter Schwede, absoluter Wahnsinn. Boah, was für ein Fisch! Mit einem Räuberjig. Thomas, Halt du ihn hier fest, knie dich drauf, ich bin den Schwanz fest. Wenn er nochmal anfängt zu springen oder so. Knut ihn an, hakt das Vorfach aus Thomas. Ich komm, ich schaff's nicht jetzt. Mach mal ein Gesicht. Alter, ist das ein fettes Ding, Thomas. Ich schaff's nicht mehr, Jens. Ich hab echt den festgehalten. Hat Rabatz gemacht, ne? Ich hab echt den festgehalten. Danke, ey. Die Route ist noch ganz. Das ist schön, ich hatte den ein bisschen beiseite geschoben. Aber bitte rein und Fotos, ja. Ja, sofort. Oh, jetzt ein Bier. Oh, ist das ein dickes Ding. Also, ey, wenn du mich fragst, der ist auch mit Sicherheit Ü50. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, der ist Ü70. Der wiegt 100 Kilo. Meinst du das? Fast, fast. Das Rekord ist in Gefahr, auf jeden Fall. Nimm dir die scheiß Route und nimm so eine Spielzeugroute, du. Ja. Und ich sag noch zu dir, nimm die 50-Pfund-Route mit und nicht so ein Spielzeugkram. Ne? Alter. Alter, ey. Ich bin ja auch echt neben Bonnetzchen. Das sind auch noch, ich war total im Arsch, Alter. Die Geräusche, die du gemacht hast. Ey. Ich hab dich festgebunden. Gut. Guck mal, jetzt müssen wir ein paar auf den Kopf hauen. Ja, gleich. Ja, womit? Wir haben gar nicht so einen großen Knüppel mit. Hast du mal ein Messer oder so? Schneid doch. Ich mach jetzt aus, ne? Ich mach aus, ne? Schneid doch. Mach mal.